So, recht herzlich willkommen zum Sailout-Magazin hier bei Pöll TV. Das sind immer genau die Sendungen, auf die viele von unseren Zuschauern warten. Denn hier gibt es absolute Top-Artikel. Flächen, die ich im Haushalt habe, kann ich jetzt putzen lassen. Und das muss man sich überlegen. Die Zeit, die wir normalerweise von Hand damit verbracht haben, Fensterflächen, gefließte Flächen, gekachelte Flächen, Spiegelflächen zu putzen, das ist Zeit, die eigentlich unbezahlbar ist. Die zahlt uns niemand, die Zeit, die wir im Haushalt verbringen. Und deswegen ist der Preis heute der Knaller für den Fensterputzroboter, beziehungsweise für den Haushaltsroboter, der all diese genannten Flächen jetzt für Sie säubern wird. Das ist der Wahre. Und drei Ersatz, oder insgesamt drei Mikrofaser-Pads, die auch so gestaltet sind, dass du die Fenster eben nicht nur vom groben Schmutz reinigen kannst, sondern so richtig schön polieren kannst, damit es Freude ist, nach draußen zu putzen. Streifenfrei, genau. So, aber so muss es doch sein. Und das Schöne ist, das passiert vollautomatisch. Denn während wir Ihnen gerade den Z-Umfang mal präsentieren, wird hinter uns schon fleißig das Fenster geboten. Ist Ihnen aufgefallen, oder? Versandrückläufe. Und das ist sehr spannend, weil die Kollegen von Pearl aktuell, zum Beispiel auf Instagram, falls Sie da auch aktiv sind, mal so Einblicke geben, wie läuft es denn eigentlich in der Refurbished-Abteilung. Das ist richtig spannend, weil die Kollegen schauen sich tatsächlich die Rückläufe an. Meistens sind die noch original verpackt und schauen dann tatsächlich, ist alles noch beim Alten und ist es alles funktionsfähig. Und nur, wenn es funktioniert, einmal alle paar Monate Fenster zu putzen, sondern tatsächlich mal jede Woche das Fensterputzen zu integrieren in Ihren Haushaltsplan. Bisher, für mich, ganz fernab von jeglicher Vorstellung von Realität, die ich mir hätte ausmalen können. Entschuldigung, jede Woche Fenster putzen? Nee, also ganz sicher nicht. Nein, realistisch betrachtet auch bei mir nicht. Bis Sie den Fenster putzen? 30 Euro, knapp 380 Euro aktuell unser Preis. Als wir natürlich ab 150 Euro Warenwert, Ihre Ware von uns kostenlos bis nach Hause geschickt. Das ist hier napoliert und das gute Geschirr aus dem Schrank geholt. In der Zwischenzeit kann der die Fenster ausreinigen. Eben, also es ist ja so viel Zeit, die wir ohnehin im Haushalt halten. Ja, natürlich, ja. Oftmals verschwenden. Verschwenden muss man jetzt wirklich sagen, wenn es solche Technik gibt, dann sollten Sie diese Technik nutzen. Gerade hier, Hobart ist wirklich ein Topf. Einfach Profis und der Fensterputzroboter ist jetzt auch fertig. Fertig. Das heißt, ich mache direkt vorne weiter, würde ich sagen. Ja, ganz genau. Ist ja jetzt ein leichtes. Macht Spaß so. Ja, so darf das weitergehen. Wenn alles so einfach wäre im Leben, oder? Wie das Ausreinigen glatter Flächen mit Ihrem kleinen Alleskönner, mit Ihrem kleinen Helfer. Kabel ist lang genug, dass Sie ohne weiteres auch mal Dachflächenfenster beispielsweise hervorragend ausreinigen können. Winzer Gärten und so weiter mit den 3,50 Meter, 4 Meter hohen Glaselementen. Yes, das hältst du dich ja von morgens bis abends dran auf. Das macht er absolut präzise und das macht er heute sogar noch 50 Euro günstiger. Denn wir haben hier einen absoluten TV-Sonderpreis für Sie, nochmal 50 Euro nachgelassen, zu dem sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Perl. DE, REF 70808 und die 569. Und die Zukunft sieht so bei Ihnen aus. Schnell sein.